Hallo, hallo, hallo. Willkommen zurück. Ich versuche gerade den Chat einzurichten. Und? So. So. Ich habe irgendeinen Alarm gehört. Oh. Ne. Also unser heutiger Plan ist es, die Dampfmaschine zum Laufen kriegen. Okay. Weil gestern der Server gecrashed ist, kriege ich undorrend Achievements, die ich schon längst habe. Ja. So. Also, die Idee war es, hier eine Farm hinzubauen. Ich wollte nochmal was gucken. Ich hatte im Video was gesehen. Naja. Okay. So. Also, eine Idee ist es, hier ein Depot hinzusetzen. Und von unten dann befüllen zu lassen mit Kohle oder so. Aber ich weiß noch nicht wie, oder? Vielleicht setze ich den noch ein weiter runter. Dass dann hier von hier der Kram kommt. So. So. Da ist die Mitte. Oh. Okay. Okay. Kriege ich irgendwie Dark Oak? Alchemie, Blue Skies, Mob Drop, Earth Elemental. Wandering Trader. Okay. 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 Ich glaube aber vorher suche ich noch. Ah ne, ich könnte erstmal fertig bauen. Alter, sind das viele Äste. Bitte. Okay. 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 Wie geht's? Ähm... So, so drücken wir. Okay. So, hier. Also. Also. Orte. Ist das ein großes oder ein kleines? Ah, ist ein kleines. Ein kleines. Ein kleines. Und dann ein Bearing Mechanical. Ein kleines. 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 aufgehört weil mir da ein bisschen was gefehlt hat deswegen spielen wir jetzt steampunk da ist auch einen ganzen haufen create drin aber halt noch ein bisschen mehr weswegen ich das hier eher spiele und genau spitz du das denn ja und zuschauer spielt das aktuell und macht es dir spaß also spätst du das mit anderen noch zusammen oder spätst du das alleine weil ich festgestellt das alleine zu spielen macht sogar noch weniger spaß ja ich hatte das auch also das ist geht so ist das war mein problem und ich fand viele rezepte waren total aufgeblasen sage ich mal dass du da echt ewig und drei tage irgendwelche fabrik strukturen bauen muss damit du irgendein ergebnis am ende hast und das war nicht so meins schiefst spätst du das däbbi mir ist zu Amen. 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 Sachen drin, wie äh das hier das ist ein Quattrocopter mit dem man dann fliegen kann und äh, hier ist auch so was drin, wie äh wie heißt das Sin Air und Cold Sweat das heißt du musst auch noch auf deine Temperaturen achten und auf ähm wie du in was für Tiefen du unterwegs bist deswegen hab ich zum Beispiel hier so ein Backpack an, der äh mit diesen Zahnrädern dadurch hab ich zusätzliche Luft, mit der ich äh atmen kann, weil sonst kann es passieren, dass man halt erstickt genau und du siehst unten rechts neben dem Brot, also hier diese 20 die da grad steht und sich verändert, dass die aktuelle Temperatur, weil wir haben gerade ähm ich glaube wir haben gerade Sommer aber wenn ich jetzt zum Beispiel in der Nähe von einem Feuer gehe wird's heiß und man kann auch so gesehen ersticken und was cool ist die ähm Villager hier es gibt welche die verkaufen die verkaufen einem auch Blaze Burner beziehungsweise muss man auch gucken dass die anständig äh untergebracht sind dann geben die Rabatte so die geben mir aktuell keine Rabatte weil die blöd untergebracht sind aber wenn man dann schöne Häuser baut und genügend Platz für die macht und 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 kann es dann sein dass die einem einen Rabatt auf die Sachen gibt die man baut dann können ... 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 Ich will mal gucken wo hier überall Blöcke gesetzt werden können. Und welche alle abgebaut werden können. Oh. Okay das war dumm. Okay. 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 Vielen Dank. So. Fliegen wir mal hier lang. Fliegen wir mal hier. 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 Okay und dann kann man das ja später ja immer noch irgendwie in eine Fabrik umwandeln oder so. Okay, das ist Spruce Wood. Fliegen wir mal hier. Ja, das habe ich mir gedacht. Mit dem Main Bus, weil ich habe das Gefühl, du musst das irgendwie anpassen. Und da ist, dass ich mir mal hier. Und da ist natürlich jetzt die Frage, ähm, alle Ressourcen auf dem Bus drauf oder unterschiedliche Ressourcen drauf. dass man halt sagt, dass man halt sagt, okay, ganz am Ende ist der, ähm, wie heißt das gleich noch? Ganz am Ende. Ähm. Ganz am Ende ist der Storage. Und vorher geht man von dem Mainbus immer ab, Richtung den einzelnen Sachen, die man umsetzen will. Okay, ja. Und dann kannst du halt mit, ähm, wie heißt es gleich noch, mit Shoots und Fans einfach den Rest nach oben abfördern. Joa, das ist eine sehr gute Idee. Vielen Dank. Ja. Und dann geht es wieder zurück aufs Förderband oder so. Ja. Ich wäre noch am überlegen, ob ich dann noch ein Förderband mache für Ergebnisse oder sowas. Eine Pferdestatue. Oh. Okay. 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 Und dann am Ende muss man sich überlegen, ob man seitlich abzieht und den Rest irgendwie ins Void schmeißt oder so. Okay. 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 Das heißt, du willst Clay produzieren und alles, was drüber läuft, wird dann einfach mit Lava verbrannt. Ja, cool. Ah, okay. 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 Ja, das ist entspannt. Ich habe übrigens heute Morgen ein Video gesehen. Da müsstest du mal nachgucken. Ich glaube, in Create Live 5 gibt es auch den Farmers Delight Mod. Und da kann man Organic Kompost herstellen. Und irgendwie gibt es hier den verbesserten, dieses Rich Soil. Und das Rich Soil, wenn du da die Sonnenblumen drauf packst, wachsen die schneller als normal. Also vielleicht wäre das nochmal eine Option für dich zu gucken. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. So, saw and crank. Oh. 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 Oh, taaaack. 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 Einfach nur reinschmeißen und du bist durch, ne? Das ist natürlich nochmal ein anderes Level. Oh, taaaack. Oh, taaaack. Oh, taaaack. Oh, taaaack. Oh, taaaack. Oh, taaaack. Okay, vielleicht muss ich die Bäume beschränken. Okay, vielleicht muss ich die Bäume beschränken. Oh, taaaack. Oh, taaaack. Oh, taaaack. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, 1 Stack Iron und 5 Stack Clay ergeben 5 Stack Kupfer. Ja, damit ist es ja jetzt easy going. So, 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 So,